Prozent so Mama die Christa Rand voll alle dort geht und jetzt hierher bitte danke so aber jetzt habt ihr die volle Aufmerksamkeit äh immer dieser Stress hier und es um 11 auf Nacht dass das mal hier zugetextet wird ist schon schlimm gut irgendwann werfe ich mein Handy gegen die Wand das sowieso hat mich alles aufregt so dann mache ich hier wieder Ölproduktion hier nochmal und hier kommt eine Straße raus so so perfekto so Öl 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 So dann kann ich ja hier 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 so ein Raffinieringsding da machen wenn ich hier nicht alles zugebaut hätte oder kriege ich hier noch eine Straße vorbei ja kriege ich dann mache ich hier so eine Text äh Carbon brauche ich so hierhin hierhin habe ich noch Kohle über Eisenerz ach so Kohle ist ja in der ersten Jahr habe ich Perfekt 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 So dann knüppel ich noch ein paar Dinger hin dass ich ja genug Öl habe so so und jetzt die Text und dann machen wir natürlich eine Carbon Produktion so dann müsste das bald florieren hier kommt jetzt aber recht gute Musik höh ich unterbreche nochmal kurz aber jetzt 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 habt ihr wirklich meine ungeteilte Aufmerksamkeit weil jetzt kotzt es mich an die scheiß SMSerei hab's Handy ausgeschalten scheiß drauf und wenn hier jemand grepiert das ist mir jetzt auch egal so aber keinen Unmut hier reinbringen alles hier Eitel Sonnenschein und hier muss ich glaube ich mal mal die verschlungenen Wege auflösen weil das ja totaler Bockmist ist was ich da gemacht hab äh hier habe ich alles total zugebaut ich deb ja dann hilft es nicht muss ich schnell Straßen bauen so hier rüber so hier hin so man dürfte das gleich mal besser laufen so juhu die Produktion läuft wunderbar äh sowas passiert halt wenn man kurzzeitig abgelenkt ist oder kurzzeitig ist gut gesagt dass man hier einfach mal Bockmist baut so das Schiff steht noch hier perfekt 403 plus ist auch super hier produziere ich noch hier wird nichts produziert sind wir eh schon auf dem Maximum mit der Kohle du machst du machst mal Pause hier du machst Pause weil irgendwann muss hier auch mal Schluss sein so dann kann ich ja dann kann ich ja dann kann ich ja wenn hier jetzt das ganze Eisen ist so kurz geguckt ja 62 Eisen hier sind wir auf dem maximalen dann mach ich hier mal Pause und zwar mit allem registriere Energieknappheit ja schon recht dann kriege ich nochmal Kohle hier so nochmal Pause hast du du kannst gar keine Pause machen Ökobilanz Werte steigen ja hilft nicht hilft nicht die Werte steigen ist auch schlecht aber naja jetzt habe ich hier mal die ganzen Nachrichten raus alter wie viel habe ich denn hier so aber jetzt jetzt sind wir leer jetzt passt jetzt muss ich hier mal das Carbon hier fertig bekommen super Text Carbon zwei Stück 10 werde ich brauchen oder brauche ich auch äh huch so ja 10 Carbon brauche ich Spiel gespeichert und da speichert mir auch schon wieder das Spiel selber die bräuchten noch Getränke und eine Aktivität muss sehr gut erfüllt aha 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 jo wenn es gut erfüllt ist ist ja eh gut so die haben hoppala sind wir in etwa hier voll ja sind wir ist denn das die Möglichkeit da machen wir doch gleich mal ein paar Häuser um dem zu ja dem zu entgegen zu wirken wenn ich hier nicht an irgendwelchen Scheiß bauen für die so Straßen so noch mal eines so jetzt mach ich hier noch ein hier 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 und hier nicht genügend Baumaterial toll darf ich raten ich hab jetzt die Bauzellen verpulvert ja hab ich und jetzt kann ich auch kein Labor mehr bauen ja die nehmen wir natürlich auch mit dann sind wir wieder beisammen dann haben wir wieder alle beisammen so machen wir mal wieder 50 4 Tonnen Carbon schon läuft hier die Produktion schon anständig für die Lifestyle Produkte mh sieht gut aus endlich läuft's der läuft auf 100% ist ja wunderprächtig so an welchen Reserven knabbern die uh 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 an der Notreserve so laden wir hier noch ein paar Tons Fisch auf die lade ich wieder zurück komm komm hier runter und da ist Floddy Karoddy bitte weil wir sonst ein ziemliches Problem haben komm Schiff auf so 148 haben sie wieder dann können sie munter speisen so und wie sieht's mit unserem Carbon aus 8 Stück haben wir ist ja toll ich muss ja jetzt eine totale Öl Überproduktion haben wie sieht's denn aus ja 12 Öl und hier haben wir jetzt hier haben wir 27 ist toll wie sieht's aus bei euch ja Lifestyle ist voll endlich mal Zeit wird's haben wir vielleicht auch schon eine Überproduktion an den Luxusgütern ja wir haben mal vier Stück auf Lager glaubt man's nicht wie sieht's hier aus mit den Luxusgütern auch gut auch gut nur das Essen kommt nicht nach hm komisch 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 haben wir hier ja hier haben wir 158 Burger aber da muss ich mal in die Handelswude gehen in die hier und und scheiße ich hätte gemeint was wollte ich denn jetzt äh huch hat eigentlich das Schiff jetzt die Kapazität ja eigentlich schon hier aufladen Hamburger nicht alles voll sondern äh 14 dürften reichen und hier ausladen bitte die Hamburger bitte danke schließen so ich habe ja noch Gewürze Überschuss und wie sieht es mit dem Fleisch aus Fleisch eigentlich nicht mehr geht denn das wie geht denn das wie geht denn das wird das Fleisch verdorben oder wie äh egal soll nicht mein Problem sein so aber jetzt hier oder äh huch wo haben wir es denn ja und rüber hier und es einem Eiltempo wenn es geht Handelsroute ineffizient wow keine Waren verfügbar welche Handelsroute 2 achso die Handelsroute 2 ist ja die da hin und her aber mittlerweile hat er sich auch leer gemacht naja ist ja Wurst weil wenn wir doch die Produktion wieder hochfahren dann wäre es doch nicht schlecht so dann haben wir hier alles rüben und können natürlich sofort hier das hier bauen ach komm scheiß drauf weg damit weg damit ich brauche Platz und hier in der Mitte ist am besten so Wohnhäuser pflanzt man natürlich gleich wieder so so noch ein paar Straßen hier anbinden und unsere Bürgerchen schön zufrieden sind und hier setzt man natürlich auch noch ein paar hin einmal können und wir die Kohle einfach brauchen würde ich jetzt einfach mal so behaupten ob stimmt oder nicht so was brauchen wir einen Elektrokondensator wird gebaut aber immer wieder gern so ich reiß hier meinen ganzen Computertisch rum was soll es ist ja lustig o oder soll como o a i i i i i i i